Lust auf ein Date mit diesen Typen? Aber ich mache grundsätzlich keine Blind Dates. Ist alles in Ordnung? Komm her. Jetzt halt mal Augenblick die Luft an. Dann wäre das Eis hier wohl gebrochen. Dann freut euch auf die drei magischen Worte. Ich mag dich. Ich denke ich liebe dich, Tony Hawk. Danke. Nein, wir meinen deine Funkeleit. Schön. So viel zu gefühlen. Die dritte Staffel Two and a Half Men mit drei Folgen am Stück und danach Sirens. Gleich auf Pro 7 Max.